Musik Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit dem Naturaplan Regenbogen, viele von Ihnen wissen es, werden bei GOP landwirtschaftliche Produkte kennzeichnet, die dem naturnahen Anbau und der artgerechten Tierhaltung entsprechen. Beim Obst und beim Gemüse bedeutet das, dass der Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln stark eingeschränkt wird. Beim Fleisch, beim Natura-Beef, dass die Kälber bei den Müttern aufwachsen und artgerecht gehalten werden. Beim grossen Renner Joghurt, dass die Milch vom Bauernhof stammt, die nach der Richtlinie der Vereinigung Schweizerischer Biolandbauorganisationen, der VSBLO, geführt werden. Auch heute darf ich Sie mit einer weiteren Neuheit aus der Reihe der natürlich angebauten Naturaplan-Produkte bekannt machen. Ein neues Bio-Fäufkornbrot aus Weizenmehl und Getreideflocken, aus Roggengersten, Hirsen und Hafer, ein kaltvolles Brot mit einer typisch körnigen Note. Das Getreide kommt ausschliesslich aus dem biologischen Landbau, ebenfalls hergestellt und kontrolliert nach der strengen Richtlinie der VSBLO. Und dass auf Wachstumsregulatoren, Fungizide und Insektizide konsequent verzichtet wird, garantiert Ihnen Bio-Knospen. Verpackt wird das Bio-Fäufkornbrot übrigens der Umwelt lieb in einem Beutel aus unbleichtem Papier, der dann problemlos entsorgt werden kann. Sie sehen, es gibt mehr als genug Argumente, das neue Bio-Fäufkornbrot nächstens einmal auf den Postizettel zu nehmen. Wie beim Brot gibt es auch bei der Pizza grosse Unterschiede. Und nur wenn Sie so richtig knuspern beim Dreibeissen und nach Holz so verschmeckt, ist der wahre Pizza-Fan zufrieden. Ein klarer Fall also für die echte italienische Pizza von Goldstar, die Sie bei uns in vier verschiedenen Varianten überkommen. Wie in einer Pizzeria wird der Teig nach dem Originalrezept hergestellt, mit feinen Zutaten beleidigt und vor dem tiefkühlen Vorbachen. Darum sind diese Pizza immer herrlich knusprig und riechen wie frisch aus dem Holzhof. Vorbachene Goldstar-Pizza offerieren wir Ihnen in den Sorten Napoletana, Capricciosa, Quattro Stagioni und Confungi, die letzte zurzeit übrigens gerade zum Aktionspreis von nur 3.30 Franken. Auch im nächsten Beitrag geht es um ein besonderes knuspriges Produkt, um Gobe-Exklusiv-Marken und Neuheit Snacks. Snacks ist anders. Reden für Reden knusprig und knackig. Zum Apéro, zum Fernsehen schauen oder zwischenzuhören. Und auch der Preis stellt auf. Machen Sie den Vergleich. Snacks, der Knusper-Snack, den es nur bei Gobe gibt. Zugegeben, am bequemsten ist es im Restaurant. Man liest etwas aus auf den Speisskarten und bestellt sich dann das, wo man gerade am meisten Lust drauf hat. Schön, aber der Preis. Die Alternative heisst Midi-le-Menu. Die Fertigmahlzeiten für alle, die gerne gut, aber ohne grossen Aufwand kochen. Zubereitung ist nämlich denkbar einfach. Die Schalen im Wasserbad ziehen oder noch schneller, im Mikrowellenherd erhitzen und das Chicken Curry, Boeufs-Troganov, Cocovin-Troutan mit Morcheln oder geschnetzeltes nach Jägerart anrichten und geniessen. Jetzt ist wieder Gutzli-Zeit. Die beliebte Planta, die so gut ist auf dem Brot, hat eine Schwester bekommen. Die neue Planta Cuisine, zum Backen und zum Kochen. Und es schmeckt mit Planta Cuisine. Für Dino-Förmchen jetzt Bestellschien in jeder Planta Cuisine-Packung. Sparen mit Gobe, das ist nicht nur ein Signet. Es bedeutet, dass Sie bei den Produkten, die wir Ihnen jetzt vorstellen, zwischen 20 und 25 Prozent sparen können. Und das jede Woche. Ein Butterzopf an 500 Gramm kostet bei Gobe nur 2,50 Euro. Die Arne Kirsstängeli gibt es für nur 8,40 Euro. Und das Quick-Nuss-Schinkli kostet pro Kilo nur 19,50 Euro. Das Kilo Frisch-Boulet kommen Sie über für nur 5,90 Euro. Ausserdem offerieren wir Ihnen diesen Satrap-Hartrechner. 20 Franken günstiger für nur 39,90 Euro. Und hier noch der Preisabschlag. Die Ule-Ve-Chocoli kostet nur noch 2,75 Euro. Bestimmt wollen Sie jetzt noch wissen, was im Gobe-Restaurant ein Tofu-Steak Walliser-Art mit Nudeln und Zucchetti kostet. Sagen Sie es ruhig weiter. Nur 8 Franken. Auch Ton gibt es diese Woche bei uns übrigens zum Aktionspreis. Wie bei allen anderen Tonsorten gibt Ihnen Gobe die Sicherheit, dass die Lieferanten beim Fischfang besonders schonend vorgehen und Meerestiere wie Robben, Schildkrotten oder eben Delphine verschonen. Dass das Vorgehen zwischen Gobe und WWF vertraglich vereinbart ist und entsprechend kontrolliert wird, sehen Sie an diesem Zeichen. Damit bin ich am Schluss für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.